Ja, hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode From The Depths und ich habe mal endlich wieder ein bisschen Lust auf From The Depths gewonnen. Habe es letztens gestreamt gehabt und die Aufnahme, die da entstanden ist, ist direkt nach dem Stream entstanden. Da muss der Onyx Watch danken. Diese Blockade der Onyx Watch hat dafür gesorgt, dass ich unbedingt aufnehmen musste, anstatt weiter nur rumzugammeln hier in From The Depths. Videos, die sehr unterhaltsam waren, wie zum Beispiel von Leverix, seine neue Adventure-Reihe und letztendlich dann auch von Vorsicht mit PH geschrieben, seine Arena-Reihe, haben dann wieder die Lust geweckt, dieses Spiel zu spielen. Deswegen kam dann auch dieser kleine Stream, der einfach so spontan lief. Naja, jedenfalls bin ich jetzt hier im Weaker-Designer. Ich war ja nicht ganz untätig, auch wenn ich From The Depths nicht wirklich aufgenommen habe. Habe ich hier und da ein bisschen gebastelt. Am meisten habe ich an der Pegapus gebastelt. Ich habe gesehen, das letzte Video, Episode 18, ging noch darum, dass ich das Ding baue. Und das war Ewigkeiten her. Tatsache ist, sie ist fertig, meiner Meinung nach. Und auch schon mit neuen Detection-Systemen ausgestattet. Das bauen wir mal rein. Die kostet 307.000 von der neuen Ressource. Und so sieht sie aus. Wie macht man es am besten? So macht man es am besten. Das ist die Pegapus. Nachempfunden auch natürlich nach dem Bot. Wer mich aus Robocraft kennt, der weiß sofort Bescheid. War eins von Rosefall, ein Hovercraft gewesen in Robocraft. Habe ich dann so umgeändert, dass es mir gefiel. Habe darüber Video gemacht gehabt, bei dem Bot selber und was man alles besser machen kann. Und irgendwann habe ich daraus dann halt ein Bot mit Katzengesicht gemacht, als dann die Carbon-6-Cubes rauskamen. Und so sieht auch dieser Bot hier aus. In Carbon-6-Style aus Robocraft. Mit einer Katzenvisage vorne. Der Bot besteht zu fast ein Viertel. Hinteren Teilen aus großen Fuse-Thrustern, die hier durchgehen. Hat sehr viele Raketen an Bord. Und einen sehr starken Laser, der ungefähr 90.000 Energie braucht. Die Raketen fallen alle gemeinsam in einem 25-Sekunden-Rhythmus. Hier habe ich große Raketen, die feuern alle zwei Zyklen. Feuern die mit. Und werden gedeckt von diesen großen Schwarmraketen, sodass die sehr wahrscheinlich durchkommen. Diese Raketen, das sind große EMPs. Während das hier viele Fracks sind mit drei Sprengköpfen. Alle Raketen können über 2.000 Meter weit schießen. Das Fahrzeug selber kann 130 Meilen die Stunde sich bewegen. Die Metasekunde ist es, glaube ich, hier, was ich hier sehe. Also es ist verdammt schnell. Auch muss man sozusagen, um diese Raketen abschließen zu können, während der großen Geschwindigkeit, muss das Fahrzeug hin und wieder stehen bleiben. Was sehr viele Probleme hervorgerufen hat. Das Fahrzeug hat mir fast die Lust auf dem Debs versaut, weil es machte mir nur Probleme. Es ist auch jetzt noch so. Alle paar Sekunden ruckelt es einmal, weil ich dieses Fahrzeug reinlade. Also ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Jedenfalls würde ich das jetzt als beendet ansehen. Hier vorne die Augen, die drehen sich so ein bisschen, je nachdem, welcher Stimmung gerade das Fahrzeug ist. Ansonsten guckt es lieb. Aus irgendeinem Grund drehen sie sich aber gerade nicht wieder in die Liebstellung zurück. Sie bleiben auf Aggro-Stellung. Naja, was soll's. Ähm, was noch? Ja, ich wollte hier, was kann man hier noch zeigen? Also man kann ein bisschen zeigen, was innen drin alles ist. Das ist ein sehr großes Hovercraft, beziehungsweise, wie nennt man das, Aircraft-Ship mit ganz vielen Rotoren drin. Die sich auch alle entsprechend so verhalten, dass das Schiff immer in Waage bleibt. Überall sehr viele Engines für die Energie, die ich brauche für den Laser. Relativ wenig Schilde verhältnismäßig. Äh, die Engines sind allesamt von Irland. Größenteils noch nicht abgeändert oder so. Hier und da hab ich ein paar Engines, die Exhausts ausgelenkt, was man ja eigentlich machen soll, ist hier auch noch nicht der Fall, weil das einfach nur ein älteres Fahrzeug quasi ist. Die blauen Teile hier so ein Elektro-Sheets darstellen, aus Robo-Kraft auch. Äh, die Plakten, die die Raketen abdecken, gehen halt auch in diesen Zyklus hier mit solchen, genau, 27,5 Sekunden. In diesen Zyklus gehen die offen. Und hier ist auch teilweise immer Delay gearbeitet, weil sonst würden die auseinanderlaufen. Dann hab ich hier noch zusätzlich, ne, hier, noch ein Backup, damit, ähm, das immer funktioniert, damit das nicht passiert, dass durch Beschädigung diese Klappen nicht mehr, äh, vernünftig auf und zu gehen, wenn sie, wenn sie auf und zu gehen müssen. Ja, hier habt ihr mal einen guten Blick über das ganze Schiff. Man sieht auch, wie viel Thrust-Power da hinten drin ist. Wir haben hier so eine kleine Brücke. Die ist ganz hübsch geworden, da kann man sich schön reinsetzen. Wird aber leider auch sehr oft rausgeschossen. Äh, das Detection-System hab ich hier zweimal an den Seiten, einmal oben drauf und einmal vorne angebracht. Da sind verschiedene Sachen dran, vor allem Dinge, die nicht zurückverfolgbar sind, wie Snooper und Retro-Flection-Radare. Und, äh, hier vorne hab ich auch noch ein paar, wie heißen sie, passive Radare. Ich hab kein aktives Radar und keine aktiven, normalen Kameras. Alles irgendwie Sachen, die nicht zurückverfolgbar sind. Und, die Air-Kameras sind nicht so verfolgbar und die Air-Tracker auch nicht, wie die Laser-Range-Finder. Die Detection-Rate, ich kann das mal kurz zeigen, wie das hier funktioniert. Wenn man etwas detektieren möchte, kann man hier nachschlagen, wie gut die Detection ist. Und, äh, die Detection von dem Bearing, das ist hier quasi der, die Gradzahl, in welche Richtung der Gegner ist, ist am besten, wenn man hier unten ganz geringen Prozent und da die roten Punkte sieht, dann weiß man, man hat ein gutes Bearing. Die Range ist gut, wenn man sich hier auch an den roten und schwarzen Strich entlang hangelt. Dann hat man eine sehr gute Detection. Die Detection ist momentan sehr, 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 sehr wichtig. Ohne die kommt man nicht aus, also man muss ein bisschen weiter weg vom Fahrzeug gehen. Hier sieht man die Schwarmraketen, wie sie loslegen. Die werden das Fahrzeug auch direkt auslocken. Das können die ganz gut. So, ein bisschen weiter weg vom Fahrzeug, weil das so laut ist. Der Laser verbraucht die gesamte Energie und alle Motoren rödeln los. Hier hat man alle Detection-Sachen. Und was ich momentan benutze, sind Wireless Snooper. Die finden Fahrzeuge, die Wireless Transmissions benutzen, um ihre Detection anderer Fahrzeuge zu ermitteln. Die, äh, sind recht günstig und funktionieren immer. Wobei sie haben sehr schlechte Genauigkeiten. Was sie halt können, ist, äh, für, ja, wenig Aufwand vielleicht herausfinden, wo ein Gegner ist, der sonst vielleicht schwerer zu sehen wäre. Äh, das Retroflexion-Sensor findet Kameras vor allem. Und Optical Components such as, hier steht aber vor allem die Kameras. Alle Kameras werden hier gefunden. die IR-Kameras sind davon ausgeschlossen, die werden nicht vom Retroflexion-System gefunden. Deswegen benutze ich sie am liebsten. Äh, dann haben wir noch Passiv-Sonar und Radar. Die fangen aktive Sonar und Radars von Gegnern auf und können so herausfinden, wo der Gegner ist. Die aktiven sind teilweise, äh, recht stark, sind aber auch zurückverfolgbar über halt diese passiven Sachen. und man kommt auch ohne sie aus. Jedes Detection-Bauteil hat seine eigenen Genauigkeiten, was das Bearing und die Range angeht. Und man sieht zum Beispiel die Kameras, sie haben ganz gute Bearings, aber schlechte Range. Die normale Kameras hat teilweise sogar ein, äh, besseres Bearing. Ich glaube, das beste Bearing, was man haben kann, hat tatsächlich der Gimbal Camera Tracker mit 0,05% Grad. Das ist sehr gut. Kein anderes Bauteil schafft es so nah ran. Für die, ähm, Fahrzeuge, die auf Fernkampf mit genauen Waffen arbeiten, ist das wahrscheinlich eine gute Idee, trotzdem den Camera Gameball Tracker zu benutzen, um die höchste Genauigkeit zu haben. Man baut allerdings dann eine effiziente Range Detection, weil hier hat man nur 8%. Die beste Range Detection bietet wohl der Laser Range Finder. Der Laser Range Finder hat 0,1% Range Detection. Ich persönlich benutze zum Tracking die Air-Kamera mit 0,1 Grad Genauigkeit und den Laser Range Finder. Beide sind nicht detektierbar durch das Retrofaction System, was gut ist, und bieten zusammen dann jeweils 0,1 Genauigkeit, was gut ist. Gleichzeitig habe ich auch noch ein paar normale Range Finder mit drauf, die habe ich anfangs genutzt. Inzwischen würde ich vielleicht sogar auf diese Dinger verzichten. Die gibt es in verschiedenen Genauigkeiten, verschiedenen Größen. Allgemein es gibt zwei Detection-Arten, und zwar einmal, dass man weiß, wo ein Fahrzeug ist und das existiert, und einmal das Tracking. Das genaue Tracking ist dann gut, wenn man halt den Gegner und da aus Korn nehmen möchte, vor allem mit genaueren Waffen. Wenn man allerdings aus Sachen wie Raketen und irgendwelche anderen Streu- Schussmethoden setzt, was wahrscheinlich kaum der Fall sein wird, die meisten Kanonen brauchen eine genaue Feuerlösung, dann braucht man gar nicht solche Tracker. Und da muss man sich halt entscheiden. Meine Empfehlung ist, nimmt ein Violet Snooper rein, die Retrofaction nimmt passives Radar, und dann könnt ihr schon mal alles eigentlich finden. Ihr könnt das dann noch mit IR-Kameras unterstützen, da sind die 90 Grad etwas besser, die sind ein bisschen genauerer und sie haben auch vor allem eine höhere Range. Hier steht zum Beispiel wir haben eine Range von 1 und Kameras haben eine Range von 0,5, die Hälfte, während die Tracker haben allesamt eine Range von 2. Ich glaube, es gibt keine Detection-System, was eine Range von 2 an sich hat, um irgendwo ganz früh herauszufinden, ob man einen Gegner überhaupt in der Nähe hat. Das gibt es nicht, nur die Tracker haben eine irrsinnig hohe Range. Dann gibt es noch diese Buoy-Holders, das sind Buoyen, die kann man abschießen, Raketen oder Torpedos, die dann selber ein Detection-System drauf haben und das die Detection an das Hauptschiff übermitteln. Das ist, glaube ich, ganz gut für Sneaky Schiffe. Da fällt vielleicht nicht so schnell auf, wo das Hauptschiff ist, weil die Rakete kann vielleicht gefunden werden, aber nicht unbedingt dann das Schiff, was diesen Buoy dann benutzt. Ich selber habe nicht unbedingt vor, das zu benutzen. Es ist nicht sehr genau mit 2,5 Grad und 0,5 Range, ist aber in Ordnung, aber das Bearing ist halt sehr schlecht, man braucht immer noch definitiv einen guten Tracker wie diesen hier dann. Ja, so viel zum Tracking. Es funktioniert. Das wäre es dann auch mal zum Picker-Puss. Ich würde dann noch weitergehen. Ich habe noch ein paar andere Fahrzeuge. Hier hinten habe ich auch noch ein paar Flares. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ist halt auf Geschwindigkeiten Ausweichen aufgebaut und auf langer Range den Gegner zu umkreisen. Benutzt eine Segel, nicht Segel, sondern eine Boots-AI statt eine Flugsegel-AI um Broadside zu machen im großen, großen Kreis. So, dann habe ich neu gebaut nach dem Pegapus. Der Pegapus war noch nicht fertig als die Thunder Cloud angefangen zu bauen. Der Thunder Cloud ist ein Bomber aus RoboCraft natürlich auch. Wie alle Sachen, die ich gerade baue aus RoboCraft. War ein Bomber von Yuva, der TX-Steine benutzt, um möglichst leicht zu sein, wurde aber durch Entfernen von TX-Steinen aus dem Spiel quasi entfernt. Und ja, es ist ein sehr ikonischer Bau gewesen, ein sehr ikonischer Bot und ausnahmsweise nicht meiner. Dieses Ding hier sieht ein bisschen klotziger aus als das Original, bietet aber ungefähr dieselben Eigenschaften. Es ist ein Cramp-Bomber und alles, was unter ihm ist, muss ganz schnell sterben. Ich selber habe hier nur ein paar Detection-Sachen drangehauen. Wo sind sie denn gerade? Detection-Sachen ist wichtig, ja, hier unten habe ich sie. Da habe ich auch die Air-Kamera schon entdeckt. Um es allerdings einmal noch ein paar Sachen hier, was das Tracking angeht, verbessern. nachdem ich hier ein paar neue Sachen gelernt habe. Weil der Laser-Range-Finder und die Air-Kamera ist schon drauf. Dann habe ich Retro-Fraction und Passiv-Radar hier dran und einen Snooper. Eventuell reicht es schon, abgesehen davon, dass man bei Detection vielleicht auch mal ein bisschen Redundanz haben will, dass man an einer anderen Stelle des Fahrzeugs auch detektieren kann. Zum Beispiel würde ich jetzt hier und da hinten noch eine Detection-Leiste dranhauen, um sicherzustellen, dass nicht ein einfacher Schuss mein Fahrzeug blind macht. Aber ich sagte, dieses Fahrzeug braucht keine super gute Detection, weil das Einzige, was es macht, ist über welchen rüberfliegen und dann von oben drauf schießen. Und ich denke, da ist die Genauigkeit nicht das allerwichtigste, vor allem, wenn man auch näher dran sein muss. Ich kann aber demonstrieren, was dieses Fahrzeug drauf hat. Wir nehmen dafür mal wie immer einen Marauder. Die Cramp Cannons sind hochexplosiv. Man hat ein paar Raketen drauf, nur um ein bisschen Flugabwehr einzuspeisen hier in das Fahrzeug. Also sehr, sehr explosive Cramp Cannons. Das Gefährt ist relativ günstig und ich habe nicht die Bombschutes genommen, die Friedham die Nixmart zugefügt hat, sondern hat die Kanonendinger behalten, weil ich finde, dass sie besser sind. Zwar haben die für Bomben keinen Rückstoß und so weiter, allerdings habe ich mit Rückstoß überhaupt kein Problem. Muss aber sagen, die hohe Geschwindigkeit und vor allem der weite Winkel, aus dem ich schon schießen kann, ist definitiv ein Segen. Man sieht ein bisschen daneben geschossen, vielleicht ist das Tracking doch gar nicht mal so unwichtig. Wir checken mal, ob das Tracking hier gut ist. Ah ja, also die Tracker, die ich drauf habe, Laser und IR Tracker sind Gold wert, die machen den meisten Job hier. Und noch einmal, diesmal trifft er aber gut und das Ding sollte zerstört sein, genau. Also man sieht unglaublich Zerstörungskraft deutlich weniger gegen Stahlkolosse, seitdem sie die Explosionen Kräfte schon ein Teil genervt haben im Spiel. Vor allem gegen Stahl, das Amor gegen Explosion hilft. Dieses Fahrzeug kann man auch im Einsatz sehen auf dem Kanal von Vorsicht. Ich habe es damals seinen Arena Kampf zur Verfügung gestellt und submitted und er hat das Fahrzeug auch genommen. Er hat den Designerpreis gewonnen, weil es tatsächlich ein Design darstellen sollte, ein vorhandenes Design eine Nachbaute war. Es hat allerdings ein bisschen abgestunken im Kampf. Das lag zum einen daran, dass dieses Fahrzeug nicht gut gegen andere Flugzeuge war, welche es nun mal als erstes besiegen musste und dass es eine besondere Schwäche hatte. hat nur eine AI gehabt. Die C-Stitch saß hier hinten und auch um weiter runter zu kommen in den Kosten habe ich sehr viel Holz verwendet und das Gefährt von Vorsicht hat Gatlings gehabt, die hier durchmähten wie sonst was und die AI sofort ausscheideten. Darum habe ich inzwischen eine zweite AI eingerichtet, welche hier zwischen den Kanonen zu finden ist. diese ist deutlich mehr in Stahl eingepackt als alle anderen EIs und zwei EIs halten länger als eine. Das sollte also schon deutlich besser sein. Aber Zweck und Fähigkeit dieses Fahrzeugs ist es halt bei allen Sachen die sich nicht schnell bewegen können und in Wasser treiben diese zu vernichten. Und das ist die Thunder Cloud und auf diese Weise lebt die Thunder Cloud noch ein bisschen weiter. Weil in Robocraft ist sie leider definitiv tot. Also es gibt wohl noch Versionen von ihr die aber nicht mehr das sind was sie früher mal waren. Ich starte mal zwischendurch den Designer neu. So was haben wir noch? Wir haben noch was. Und zwar habe ich angefangen zu bauen den ganz länger. Der ganz länger der ist jetzt natürlich auch vor den Patches jetzt alles der hat noch nicht das neue Detection hier sieht man noch außen drum Operatur und die Munition um zu funktionieren und die Operof Ammo Prozessors man man sieht man sieht auch schon die drei großen Kanonen die den ganzen ausmachten und vier ne drei meine ich quasi SMG Gatling Kanonen die dann irgendwo die kleinen SMG darstellen sollen während das hier die Mega SMG sein sollen aus irgendeinem Grund sind die Kanonen Rohre nicht gleich geworden obwohl sie identisch sein sollten hier sogar mit Mirroring das ist ein bisschen eigenartig aber kann man nichts dran machen er macht was er für richtig hält wenn ihr wisst woran das liegt dann sagt Bescheid was hier noch nicht funktioniert an dem an den ganz länger ist die Schilde die Schilde können inzwischen nichts mehr stacken deswegen werden die teilweise hier nicht mehr geladen weil sie nicht durch das vorige Schild durchdringen können ich konnte bei diesem Fahrzeug komplett auf Türme verzichten alle Waffen sind hier direkt aufgebaut das liegt daran dass es so einfach geht weil ich hier eine ganz besondere AI benutze und zwar eine Lua AI das hier zum Beispiel geht auch nicht mehr Missile Warner müssen inzwischen Line of Side haben kann ich das hier schon mal entfernen warum habe ich hier zwei Lua Codes und hier auch zwei Lua Codes ach ja eins ist der Raketen Lua Code eins ist das Lua Code für die Bewegung und zwar ist das habe ich was gelöscht was ich nicht löschen sollte das tut mir leid naja eins ist Lua Code für die genau ein Gunship bedeutet es bewegt sich in einer ganz anderen Weise es dreht sich den Gegner zu und macht dann so eine Art Tanz Muster wo es hin und her bewegt und dreht sich immer den Gegner kann auch die komplette Neigung des Schiffs machen hoch und runter gucken deswegen konnte ich komplett auf Türme verzichten weil dieses ganze Gefährt behält sich wie ein Turm wie ein 2x Turret das ist ziemlich nice man sieht dass es auch sehr sehr roh ist aber es funktioniert schon ganz gut von der Funktionsweise her ich muss noch ein bisschen Panzern und so weiter bin mir sicher ich kann mir noch ein bisschen mehr Gewicht dazu leisten ein bisschen mehr Kosten kann das auch noch alles kein Problem die Lua Raketen werde ich wahrscheinlich gegen ganz einfache Radarraketen ersetzen dann brauche ich hier auch keinen komischen Krams mehr hier hinten Torpedos die in den Boden ins Wasser reinschießen und so auch die Feinde treffen sollen zumal gingen die hintenrum ganz schön dran hier muss natürlich sehr viel optisch noch gemacht werden ich möchte so eine Art Prism Weave Triforce Optik machen das sieht dann ungefähr so letztendlich aus dass die Oberfläche in dieser Art und Weise dargestellt ist ja das habe ich hier schon teilweise so als Demo schon ein bisschen angefangen das ganze Ding ist natürlich wie der ganz Linger so wie ein V geformt und jetzt sehen wir uns mal in Aktion an wobei ich möchte eben noch checken was ich eigentlich hier für Munition verwendet habe ich sehe ich habe die falschen Munition Loaders genommen ich sollte eigentlich die Solid Munition Loaders nehmen die sind besser weil hier ist die Muni ziemlich lang 45 müsste das sein und man sieht es ist 10 Meter für Genauigkeit brauche ich und 13 Meter um den Fuel zu burnen ist eine sehr schnell schießende Munition muss dazu sagen dass das genervt wurde Feuerkörper mit solchen schnell schießenden Munitionen ganz gut Schilde durchdringen inzwischen ist es genau andersrum und langsam fliegende Munition wird eher von Schilden ignoriert das heißt da muss ich definitiv neue Balancen neue Shells machen und damit vielleicht auch die Kanone leicht ändern ansonsten sie ist sehr groß und sehr prominent hier vorhanden ich muss auf jeden Fall gucken dass ich diese Kanone ein bisschen beschütze weil wenn das hier in die Luft fliegt dann nimmt die schon teilweise hier auch diesen Vorwärts Rückwärts Antrieb den ich hinten eingebaut habe mit was nicht sehr schön ist hier sehen wir einen kleinen Mirroring Fehler den ich wohl irgendwann mal eingebaut habe es ist alles noch Work in Progress aber egal ihr wollt vielleicht mal endlich sehen wie dieses Schiff was zerlegt muss das hier eben nur noch wenigstens einigermaßen wieder so herstellen dass das Gerät hier auch fliegen kann weil das hier geht gar nicht weiß gar nicht wie ich das hingekriegt habe so ich hoffe ich habe keine weiteren massiven Fehler irgendwie doch da stimmt schon was nicht es ist nicht gerade wirklich sehr sehr rund es ist aber vielleicht aber auch nicht da unten ist aus gewissen gründen nicht sehr rund das stört aber nicht nicht so sehr die Lua AI steuert übrigens alle Rotorblades absolut perfekt um immer die richtige Menge Kraft an der richtigen Stelle zu haben so aber jetzt zeigen wir mal was es kann die Lua Raketen schießen los und funktionieren noch nicht wird eh neue machen wir haben noch keine Detection eingebaut deswegen schieße ich komplett daneben so sieht ein Fahrzeug aus was noch keine Detection hat die kann nun versuchen uns auch mal einzuschätzen wo sie hinschießen müssen kommen nicht mal zum Schuss einfach nur weil sie sich nicht schnell genug auf diese verwirrenden Sachen einstellen können rungsten den Weg an Torpedos ja die Torpedos fliegen ins Meer und sind wahrscheinlich dann auch der Tod des Gegners große IMP Torpedos aber ihr seht schon mal ungefähr was dieses Fahrzeug macht wenn man von Gegner Seite anguckt es schwebt jetzt hier oben hält einen gewissen Abstand und wirkt sich immer hoch runter links rechts deswegen ist es sehr schwer dieses Fahrzeug überhaupt zu treffen weil wenn er da hinschießt wechsle ich schon wieder längst die Richtung und Höhe und das ist einfach sehr nice auch bewege ich mich konstant rückwärts um diesen Abstand aufrecht zu erhalten von ungefähr 800 oder 1000 Meter habe ich eingestellt es hat eine sehr sehr effiziente es hat nicht so gut funktioniert mit dem Sonar es hat eine sehr effiziente Bewegungsart und Art eines Fahrzeugs kommt halt mit den Vorteilen die man halt durch Lua mal hat es muss nur noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden ich finde auch die Bewegungsmethode passt sehr gut zu dem was der Ganslinger auch gemacht hat ich immer den Gegner zugewendet und drauf geschossen und da bin ich echt zufrieden damit man sieht den Rückstoß egal das war jetzt der Ganslinger das braucht noch ein bisschen Arbeit ja dann würde ich sagen eigentlich war es das für die Episode das war jetzt erstmal nur was ich alles an Fahrzeugen habe was ich alles neu gemacht habe was jetzt alles in die Kampagne kommt wir werden den Thundercloud und den Pegapus Laser noch gegen die Onyx Watch einsetzen vor allem auf Thundercloud Staffeln bin ich sehr gespannt wie das aussehen wird da bin ich freue ich mich sehr drauf der Pegapus Laser hat mir sehr viel Nerven gekostet und mir fast das Spiel versaut weil er einfach nicht so funktioniert hat wie er soll man sieht auch schon 197 Versionen bauen obwohl er noch niemals einmal zum Einsatz kam ist schon eine ganze Menge Arbeit trotzdem gehört es zur Flotte und wird vorkommen mein Mothership hingegen wird wahrscheinlich niemals wirklich benutzt werden ist eher so ein Gag gewesen Mothership ist eher so ja hat nicht so funktioniert wie ich mir das dachte Gott ganze Spiel ruckert es zerlegt sich natürlich sofort weil wir sind ja eher irgendwo in der Luft ist nichts anderes als ein riesen Fortress welche geplant war eine mobile Baubasis und Ressourcenspeicher zu sein allerdings sind schnellere Fahrzeuge da genauso einfach auch als Bau und Ressourcenspeicher möglich wo es keine Fortress für Fortress sind langsam es bin sicher es gibt noch viele Sachen die ich noch nicht bearbeitet habe in diesem Patch wie zum Beispiel Warpantriebe die ging übrigens nicht auf meine Fortress auf meine Endurance irgendwie waren die ausgegraut das ist schade dann kann das Fortress halt nicht teleportieren das ist wirklich traurig wäre jetzt schön gewesen ja das war episode 20 zu from the depths und wir machen definitiv weiter mit der kampagne in der nächsten episode könnte euch drauf freuen wir bauen die relevanten neuen Fahrzeuge hier neu und werden damit die Onyx Watch beenden wenn die auch mal endlich mal vernünftige Schiffe haben Pioneer was muss ich machen damit ihr mal irgendwie bösartig seid können wir uns auf irgendwas freuen nächste episode Chancellor schon wieder so Segelschiffe aufsteht übrigens zu Furnace habe ich die nicht eingenommen habe ich meine Kampagnen nicht gespeichert nach dem letzten Let's Play bitte nicht ich habe es nicht gespeichert Nein habe ich nicht Bedeutet ich werde wohl ein bisschen Zeit brauchen auf den Stand des letzten Displays zu spielen heißt ich werde diese hier vernichten hier vorne die Basis einnehmen ein bisschen retrofitten und alles und dann hoffentlich sehen wir uns dann frisch da wo wir aufgehört haben das war es jetzt von mir ich bin Poporossa von Pixelbeef und GG GG